Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BlauGelbTV. Wir berichten heute über das Dörpelfest 2016 in Solingen. Das Dörpelfest 2016 startete bereits am Freitagnachmittag, sodass die Besucher wie hier auf der Bühne Grünstraße den musikalischen Klängen von Ziyu lauschen konnten. Auf der Bühne Grünstraße wurde musiziert. Unter anderem spielten in der Forststraße die Jungs von Mixit und unterhielten somit ihr Publikum. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf der Bühne am Bremsaiplatz rockten die Jungs und Mädels von OneNightStands und heizten so ihr Publikum ein. Auf der Bühne am Bremsaiplatz rockten die Jungs und Mädels von OneNightStands auch in der Olixer Innenstadt sorgten Gruppen und Vereine für eine richtig gute Stimmung. Dazu gab es eine Vielfalt an kulinarischer Küstlichkeiten wie hier die Dörpelpizza. An der Wittenbergstraße luden Musiker ihr Publikum zum Tanz ein. Bei mir ist jetzt Peter Derry Stimmungssänger. Peter, ich habe gesehen, du hast eben einen richtig schönen Auftritt gehabt. Wie war die Stimmung bei euch? Also bei uns am Stand ist die Stimmung immer hervorragend. Gerade jetzt im Karneval durch den ausgefallenen Rosenmontagszug haben wir hier ein bisschen Spaß gemacht und konnten das Wurfmaterial gut unter die Leute bringen. Mit den drei Clowns, die wir dabei hatten, es war richtig toll. Jetzt wollte ich noch einmal hier auf die Clowns und auf das Wurfmaterial kommen. Woher ist das Wurfmaterial, das ihr verteilt? Das Wurfmaterial ist das Wurfmaterial der Prinzengarde Blaugelps Oligolix, was am Rosenmontag durch den Ausfall nicht geworfen werden konnte. Das haben wir noch gesammelt und das lagern wir und haben diesen Anlass jetzt genommen, hier auf den Würfel das Wurfmaterial unter die Leuchte zu holen. Kam das dann auch richtig gut an? Eure Show hier am Stand oder eher nicht so? Doch, die Show ist immer gut angenommen, gar keine Frage. Was soll ich jetzt noch anderes sagen? Einer der Akteure jetzt einfach zu sagen, das war nichts. Nein, es ist sehr gut angenommen worden und man sieht ja vielleicht im Hintergrund auch noch, der Clown, der Clown, einmal den Clown, Julio, einmal den Clown, zwei, hallo, 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 wie geht's Ihnen? Mir geht's blendend. Wie ist die Stimmung bei euch? Die ist super. Schokolade macht glücklich. Wie ist das, wie, das sieht man, das sieht man. Wie ist die Stimmung bei euch? Die Stimmung ist super. Und was ich noch fragen wollte, kam das alles bei den Leuten gut an oder eher weniger? Im Moment sind die Leute alle zufrieden, die freuen sich, dass wir hier sind, den Spaß bereiten. Peter hat schön gesungen und Stimmung in die Bude gebracht hier. Alle sind zufrieden. Danke sehr. Bitteschön. Ein spektakuläres Programm ruht sich im Süden von Olex. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen, dann besuchen Sie uns im Internet unter www.blaugelbtv.de oder auf facebook.com blaugelbtv oder schreiben Sie uns eine Nachricht unter blaugelbtv at hotmail.com Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.